hey leute und willkommen endlich zur auflösung des kleinen gewinnspiels das ja vor einer woche angefangen hat und ja hierfür nutze ich den youtube random comment picker der einfach einen kommentar raussucht denn alle alle kommentare des videos waren von abonnenten und von daher ist es egal wenn ich aussuche sollte natürlich nicht ich selbst sein da ich ja auch einmal vorkomme wenn man über google plus teil naja wer nutzt google plus ist so die eine sache und ja jetzt schauen wir mal wer der glück die glückliche person ist die gewonnen hat ich würde das spiel gerne gewinnen weil gewinn ein gefühl von freude auslöst und das selbstwertgefühl steigert und weil man etwas umsonst bekommt und ja glückwunsch würde ich mal sagen du hast der forest gewonnen ich merke mich die tage bei dir und ja das ist dein preis du bist der gewinner des tages und du wirst das gefühl empfinden das freude auslöst und stein selbstwertgefühl steigert das war es dann eigentlich auch schon mit diesem gefühl wenn ihr gerne öfters mal sowas sehen wenn ich zum beispiel irgendwie den key bekomme oder sowas oder in halt irgend so ein code könnt ihr doch mal in die kommentare schreiben so ein gewinnspiel das kann man gerne mal wiedersehen da haben wir nichts dagegen dann runter damit ne also nicht darunter sondern ihr wisst schon wo runter ne ansonsten würde ich auch sagen wenn euch das video gefallen hat dann lasst doch eine positive bewertung da schreibt gern was in die kommentare und wir sehen uns zu einem anderen video wieder was voraussichtlich natürlich wieder der ego within ist also bis bald und cheerio